Im heutigen Video teste ich den Crispy Marshmallow Treat in der Geschmacksrichtung Double Chocolate. Bei dieser Sorte sind die Crispys mit einer Schokolade ummantelt und zwischen den Crispys befinden sich einige kleine Schoko-Drops. Von der Konsistenz her ist dieser Bar wieder sehr knusprig und teilweise auch ein bisschen zäh. Obwohl dieser Bar als Double Chocolate betitelt worden ist, schmeckt er überhaupt nicht nach Schokolade. Lustigerweise schmeckt er sehr nussig, was mich am Anfang doch extremst irritiert hat. Ich war nicht darauf vorbereitet, denn beim Anblick dieses Bars habe ich eher Schokolade im Kopf gehabt. Dennoch finde ich, dass der Geschmack ganz gut ist und man schmeckt zumindest im Gegensatz zu den zwei vorherigen wenigstens etwas raus. Von der Konsistenz her finde ich es okay. Es ist halt ein bisschen fester und knuspriger wie normale Proteinregeln.